Jetzt geht's los. Kommt ihr ruhig schon mal runter. Wenn wir die Bewegung machen, macht so, wir machen ja alle relativ langsam die Bewegung, macht aber nur so weit mit, wie es für euch angenehm ist. Also wenn es irgendwie unangenehm werden sollte, dann macht die Bewegung nicht so groß, auch wenn ich das vielleicht anders vormachen sollte. Aber bleibt immer bei euch, dass ihr bei euch gesammelt bleibt und die Übung so gut hinfällt. Lösen, lösen und nochmal. Das ist die Entspannung, die leichte Verbringung. Noch einmal. In diese Dehnung, lösen, Arme sinken. Und die Spannung, derbringung. Wieder vor und zurück, die Arme sinken. Vorne, gewichtigen, zwingen, rechten Fuß. Himmel, gut. Ja, das wäre Schluss. Die andere Seite, die rechte Arme nach hinten. Und die linke nach hinten. Linke Fingerspitzenseite nach vorne. Und die schrecklichen, die Meister, die Schützler. Und die Schwingle auf, und die Schwingle drauf. Und die Scheppe, die Schwingle auf, und die Schwingle auf. Und die Schwingle auf. Und die Schulter. Der schwingle. Wir fangen an mit dem Tiger, dann geht es weiter mit dem Hirsch, dann geht es weiter mit dem Bär. Was kommt dann? Dann kommt der Affe, dann kommt der Kranich, wie so ein Schwan, das ist der Kopf, ein Vogel. Dann ist der Vogel propos. Und dann die Beine beugen, Hände legen die Beine und Gewicht ins rechte Bein, linken Fuß nach hinten ziehen und linken Fuß heransetzen. Beine beugen und nochmal den Kopf nach oben herausstrecken und Beine beugen. Gewicht ins linke Bein und die Flügel nach hinten ziehen. Verlagern und Hände bis auf die Schulter. Du musst aufsetzen und Hände über den Kopf. Du musst aufsetzen und Hände über die Schulter. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020